Ich bin nur hier, um wahrhaft hilfreich zu sein, meine Hand zu reichen und Vertrauen zu geben. Ich bin nur hier, um unseren Vater zu vertreten, der mich gesandt hat. Ich bin nur hier, um mein heiliges Licht leuchten zu lassen. Ich bin nur hier, um seinen stillen Segen auszudehnen. Ich brauche mich nicht zu sorgen, was ich sagen oder tun soll. Denn Gott, der mich gesandt hat, wird mich führen. Ich bin zufrieden, dort zu sein, wo immer er es wünscht, in der Erkenntnis, dass unser Vater mit mir dorthin geht. Ich werde geheilt, indem ich mich von ihm lehren lasse, wie man heilt. So will ich nun zurücktreten und dem Heiligen Geist die Führung überlassen. Ich will mich nicht mehr einmischen. Ich will mir nicht mehr im Wege stehen. Ich will mir nicht mehr im Wege stehen. Ich will mich selbst in Ruhe lassen. Mir einfach nahe sein. Offen und natürlich. Jetzt bin ich bereit, Gottes Frieden zu empfangen und all seine Liebe zu geben für die Erlösung meiner Welt. Das Licht ist gekommen. Christi Wiederkunft ist jetzt. Ich bin es selbst, der eine Sohn Gottes, der einfache, ewig Wunderwirkende. Das ist alles. Amen. Amen.